Ja, will einer von euch anmoderieren, oder soll ich da machen, ihr Schnitzel? Ach, tu das. Ich hab schon anmoderiert. Ja, da Two Wheels to People mal wieder überheblich ist und ohne mich anmoderiert hat, begrüße ich euch recht herzlich beim Crispy Rider. Ich bin jetzt weg. Tschüss. Du kleine Pinko-Nelke, du. So, liebe Freunde, wir sind jetzt beim Crispy Rider angekommen. Hallo, ich bin's Crispy Rider. Ja, ist er. Ich fahre direkt mein Hinterrad rein. Nein! Nein! Auf jeden Fall sind wir, äh, wo sind wir eigentlich? Wir sind in Duisbruck, der Hood. Okay, wir sind in Duisbruck. 4-7! Wir schauen mal, was passiert. Schau mal, was wird. Aber die hat Augen auf dich gemacht. Ja, hab ich gesehen. Ja, der Kriegsbierreiter hat sich heute mal wieder auf die alte Dame gesetzt. Auf dein alte Mopedchen. Damit die Arme nicht so vernachlässigt. Wird immer dein Kennzeichen erschießen. Danke nochmal, der Dude. Angemerkt, das ist ja nett. Ja, kein Problem. Das würde ich ohne dich tun. Ja. Wir sandwichen den Crispy. Das ist sowas von... Ich bin eine Schlange! Ich bin eine... Spinner! Mach alles aus, was du da findest. Was? Warum hast du nichts gemacht? Weil der andere ist Christy Rider ist. Ich bin eine... Spinne! Spinne! Ich glaube, ich spinne. Oh, Leute. Möchtest du stressen oder was? Oh, wie schön ich aussehe. Wow. Guck mal, Jan, aufgerissenes Butterbrot. Was haltet ihr eigentlich von den Yoshis? Da seht ihr das. Der ist ein bisschen sad, so. Der lässt ein bisschen Kopf hängen, aber... An sich ist es schick, ne? Schnicke Idee. So, und jetzt hier links rein. Motorrad! Motorrad! Mach den Blinker aus vorher! Oh, das ist peinlich. Wir müssen winken. Okay, Jungs, wegen auf drei, zwei, eins. Er guckt nicht, er guckt nicht weiter. Der denn, ja? Er war komplett in seinem Element. Guck mal, wie kommt das so vor, als wären wir ja schon mal vorbeigefahren. Nö, sind wir mal nicht. Hier war ich noch nicht. Natürlich, sind wir, glaube ich, schon zweimal vorbeigefahren. Nein. Doch, auch. Nein. Wie viel ist denn hier? 50. Ich glaube, hier ist 50, oder? Ja, klar. Warum machst du mir da so ein Schwenker an? Ich fahr schon 54. Warte, ich fahr 51 fahr ich jetzt. Also ich fahr 64. Jetzt fahr ich 57. Ich fahr 50. Ich fahr 50 glatt. Jetzt fahr ich 60. Guck doch, ich fahr 62, Chris. Ich fahr 51. 49. Immer 62, Digger. Ich zeig's dir nachher auf mein Video. Ich zeig's dir auf meinem Video nachher. Ich zeig dir mal den Video nachher. Ich zeig dir noch was ganz anderes nachher. Du, Fickling. Ein echt, ne? Ja. Komm, ich zeig dir den richtigen Haas. Der Real Rabbit. Der Real Rabbit. Der ist so zu meiner Nahter. Das sind meine Stützräder. Für den Fall der Fälle. Ich muss kurz an Chris vorbeifahren hier rechts. Ja, das sieht so scheiße aus. Erzähl, du fahren hinter euch. Ist das geil. Guck mal, das kannst du direkt absetzen. Zack. Super. Shake. Das ist für mich. Shake. Warum roll ich zurück? Schick der, der ist so wichtig. Aber ich will's nur neben mir stehen. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Nein, natürlich. Du bist schon los, Digger. Ich mach ja mal eine Dance-Mission. Ja, jawohl. Ich muss mir's einfach schicken. Aber ich hab grad so gemacht. Ist der denn schon wieder gewesen? Nee, ich glaub nicht, oder? Ich mein schon. Nee, glaub ich nicht. Seidrich? Hä? Bist du den in der Mitte? Bist du den in der Mitte? Bist du den Junge 15? Nee, aber ich bin ja nicht. Hä? 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 Der ist ganz schön im Rücken, ne? Ja, der hält sich gut fest. Weil ich so viel Leistung hab. Guck jetzt. Joschi! Festhalten! Oh nein, ich weiß wo wir sind. I can't. Two wheels on the board stein ist da links. Two wheels on the board stein, oder was? Two wheels on the board stein, ja. Zucker ist gesund. Ich steck's mir in den Mund. Boah, Chris hat eine hohe Geschwindigkeitsrautie. Boah, yo. Hey, Chris, hört man uns jetzt in einem Video? Ja. Hallo, ich fühl uns endlich mal nicht die Text... Äh, 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 nochmal. Hallo, ich fühl uns nicht der Text da drunter. Du bist jetzt ein vollwertiges Videomitglied. Bis jetzt war ich immer nur der Text da drunter. Jetzt bin ich endlich da. Und jetzt Wheelie mit Chris Biraida. Das war ein Leak. Oh, Digga. Das ist ein Roller, Digga. Das ist ein Roller, Digga. Ich guck mit dem an. Ja, das ist ein Roller. Ist mir egal, den kässt du mir ein. Was hat denn das Schuhe an? Was hat denn das Schuhe an, Digga? Bitte, Chris, guck dir seine Schuhe an. Goa, Soka. Willa Minosa. Moin. Moin. Der Chopper-Fahrer hat hier gegrüßt. Was ist denn da los? Der Leakzahn? Der Leakzahn. Der Leakzahn hat so richtig erleden gerade. Sag ich ehrlich. Der hat der auch. Der war richtig happy. Boop. Wunderfangen. Depp 2024. Ich glaub's nicht. Ja. Ich bin Johnny Depp. Das ist ja so unangenehm, wie Chris war so lustig zu sein. Kennst du dieses Meme? Das war nicht witzig und ich hab auch nicht gedacht. Schoko, 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 Schoko. Schoko, Schoko, Schoko. Schoko, Schoko, Schoko. Was ist los? Möchtest du reden? Boah.